Herzlich Willkommen auf dem Ralf Mahr Magazin. Wie ihr alle sehen könnt, ist auf meinem Bildschirm die brasilianische Flagge. Das bedeutet, nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft tippe ich jetzt die Copa America und morgen früh um 3 Uhr spielt Uruguay gegen Brasilien. In den USA, das ist auch natürlich ein Klassiker vom südamerikanischen Fußball. Wer erinnert sich nicht an 1950, als Uruguay in Brasilien Weltmeister wurde. Das war eine nationale Tragödie für die Brasilianer und jetzt steht dieser Klassiker wieder an. Ich bin fest davon überzeugt, dass Brasilien gewinnen wird. Die sind in der Gruppe nur Zweiter geworden und das hat sie mächtig geärgert. Die werden Vollgas geben und Uruguay ist ja eine knallhart spielende Mannschaft. Ich denke, Brasilien wird sie besiegen. Mein Tipp Uruguay gegen Brasilien bei der Copa America. 1 zu 3. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.